hallo leute schönen guten tag schönen guten abend ja mein heutiges thema ist braunschweig oder stadt verhöhnt ns opfer mal sehen sind hier schöne gedenktafeln vom feinsten angebracht eine parkanlage wurde gemacht vom feinsten ist alles gepflegt und sauber wie gesagt hier schöne dicke platten angebracht wir wissen ja inzwischen wer die rekader hoch ist so eine nette nazibraut so was wird angebracht während andere stellen wie zum beispiel am schildenkmal während die schüler der ns opfer aus alten verkehrsschildern gemacht worden sind die über lackiert worden sind das habe ich also von einem zeitzeugen der das gesehen hat die beim reinigen abgenommen worden und da fiel das auf ja es ist also schon faszinierend dass man hier so gute arbeiten gemacht und keiner bemerkt hier an der schild gedenkstätte und das sind hier die tafeln die hier angebracht sind das finde ich auch gut nur wie gesagt wir haben zwei zeugen gesagt dass es hier mal einen anschlag von rechten gegeben hat und dann müssten diese tafeln runter damit sie gereinigt werden können und man hat dann festgestellt dass diese tafeln von ja im prinzip alten verkehrsschildern gemacht worden sind die man schnell mal über lackiert hat und ich meine wenn wir hier wieder plätze schaffen mit schönen tafeln und den ganzen sage ich mal einen ganzen park schaffen der einer nachweislichen faschisten gewidmet ist ja und jemand nicht mal dies geld hat um hier vernünftige gedenktafeln dran zu machen ich meine das sieht ordentlich aus ist ja auch nicht zu sagen aber ich meine man sollte lieber geld in die geschichte stecken die wir haben und nicht hier irgendwelche heimliche nazi verehrung machen das finde ich also mehr als daneben und naja wie gesagt das sind so ein paar sachen die mir also ganz arg aufstoßen wo ich sage möchte die stadt braunschweig hier sich mit der geschichte nicht auseinandersetzen wird sie bewusst verdrängt und da hoffe ich dass ich ein bisschen unterstützung kriege dass man ein paar leute mit dieser geschichte aufarbeiten denn es ist wichtig für die zukunft ja zu wissen was ist in dieser stadt passiert und nicht dass wir hier wieder nazi tun fördern ja und die opfer des nationalsozialismus ja hier abspeisen das ist also wirklich ein unding wie gesagt wir haben ja auch noch das kz oder arbeitslager schützenplatz wo unser bürgermeister ex mpd ja ein spaßpatron frauen wollte das also schon mal gar nicht geht das ist also wirklich der hammer wie man hier mit der braunschweiger geschichte umgeht und ja alles hält die schnauze das ist also unglaublich so was hier wie gesagt ich finde dass dieser mehr förderung braucht die gedenkstätte und dass wir hier die geschichte der braunschweiger wieder aufleben und vernünftig erklären und gedenkstätten bauen da wo was gewesen ist weil braunschweig hat eine historische verpflichtung aufgrund der tatsache dass adolf hitler hier in braunschweig eingedeutscht wurde und das geht ja wohl gar nicht an dass man hier das nahe zu tun wieder hoch hält während die opfer des ns regimes hier dermaßen ja erniedrigt werden und verhöhnt werden wir denken an die ricarder hochschule wir denken an den ricarder hoch platz im insel weil es ist ja wohl wirklich ein unding was hier abgeht und es muss also mehr geld hier in die geschichte fließen dass die geschichte aufgearbeitet wird weil es ist wichtig für spätere generationen dass die geschichte ordentlich über die sagt also es ist wirklich ein ding gymnasium ricarder hochschule mit dem braunschweiger löwe anscheinend hat man hier im braunschweig nichts aus der geschichte gelernt absolut nicht aus der geschichte gelernt sonst hätte man so eine scheiße hier nicht gemacht aber naja man kann eigentlich nur mit dem kopfschule ich finde das also eigentlich eine verhöhnung der ns opfer ja oder überhaupt eine verhöhnung der ganzen ns zeit dass man hier eine ein gymnasium eine oberschule nach einer faschistin nennt schließlich max südl hat sechs millionen reismarkt gespendet für arbeiter damit die die not gekommen sind er hat war mit beteiligt bei der firma bössing heute man und siemens einer der weltunternehmen aber max jügel kriegt eine kleine straße in der südstadt nähe eines arbeitslagers während hier eine nachweisliche faschistin ein ganzes gymnasium kriegt wir erinnern uns an die agnes migel straße wer macht so eine scheiße ich finde das eigentlich das ist eine verhöhnung der ns zeit eine verfälschung ja eine verfälschung der geschichte die hier gemacht wird und es ist also unglaublich was hier abgeht man kann also nur mit dem kopf schütteln was hier in dieser stadt abgeht das ist unglaublich was hier in der stadt abgeht wie man hier mit der geschichte umgeht es ist ein finde ich unglaublich was da kommt also ich habe hier noch so einiges unglaublich ist was hier noch hoch kommt und ja wie gesagt also ich finde das ganze eine verhöhnung und eine verhöhnung der geschichte die wir haben und es wird zeit dass man da mal ein bisschen gast gibt und hier sich nicht mit kasparaden eingibt wie gesagt wir haben die agnes migel straße und wir haben hier plätze ich meine gut dann weiß man natürlich warum damals diese spontan demos der nazis warum die sich am inselweil getroffen haben das sind die geheimplätze das hat wahrscheinlich gar keiner geschnellt ja wie gesagt ob die frage ob das inszeniert ist oder nicht da werden wir noch mal kommen da bringe ich eine andere sache noch mal zu und wie gesagt also da müsste muss auf jeden fall was passieren wir müssen die die stadtgeschichte aufarbeiten aber auch die juristische geschichte der stadt braunschweig in der ns-zeit es ist also dringend notwendig es kann nicht sein dass hier die geschichte die hier braunschweig hat ja verhöhne piepelt wird oder in wege gelenkt werden die eigentlich nicht richtig sind wir haben eine historische verantwortung ich habe schon erwähnt und dieser müssen wir nachkommen aufgrund der folgenden generationen damit man aus den fehlern die generationen vor uns gemacht haben aber die wir vielleicht auch wieder machen lernt ja weil lernen ist wichtig aber nicht verdummung und daher bin ich also dafür hier mal etwas genauer nachzugucken und wie gesagt es kann nicht sein dass hier gelder frei gemacht werden für nachweisliche leute aus dem ns-regime und während die opfer verhöhnt werden wie zum beispiel hier mit dem spaßbad auf einem ehemaligen arbeitslager wir haben das geburtshaus auf an der münchenstraße heute großmarkt da wird einfach schlicht drüber weggegangen diese geschichte ist krass sie ist hart aber sie muss aufgebaut werden und meine meine meinung ist aber da werde ich auch noch mal eine sendung zu machen wir sollten diese diese geschichte aufarbeiten dementsprechend preisgeben und mit dieser aktion könnte man könnte man touristen in die stadt locken die was heißt locken ich will sie ja gar nicht locken man will ihnen die geschichte preis geben das ist was was leute wissen wollen ja wie die geschichte aufgearbeitet wird so kann man hier den tourismus in der stadt fördern statt mit mumschanz und förlefanz und otto dem vierten und alles und blödsinn ja und das geht nun mal gar nicht also wenn man hier in der stadt wirklich was erreichen wollen und hier auch tourismus förderung machen wollen und diese stadt so wie sie ist mit der geschichte aufarbeiten wollen dann muss hier langsam mal was angefangen werden ja so weit so gut von der lucifer news aus braunschweig bleibt schön sauber bleibt trocken damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten lucifer news ja 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 ja